Musik 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 Ja, ich bin froh, dass wir auf dieser Messe unsere absolute Neuheit vorstellen können, unsere Spenderserie Hygienity. Diese Spenderserie hatte eine Entwicklungsarbeit von mehr als drei Jahren. Und für die Entwicklung haben wir hunderte von Interviews geführt mit unseren Kunden, mit Waschraubenutzern, mit Facility Managern und auch mit Reinigungskräften, die tatsächlich Tag für Tag mit Spendern im Waschraum zu tun haben. Wir haben diese Spenderserie entwickelt im Hinblick auf vier wesentliche Kriterien. Auf der einen Seite eine Spenderserie mit herausragender Qualität. Eine Spenderserie, die besonders leicht zu bedienen ist, die besonders nachhaltig ist, die besonders stark im Bereich der Hygiene ist und natürlich, wie Sie hier sehen, ein herausragendes Design bietet. Was heißt das? Qualität, einfache Bedienung. Das ist einfache Bedienung schon für den Monteur. Wir haben eine Montageplatte, mit der ganz einfach der Spender an die Wand gebracht werden kann. Einfache Bedienung auch für die Servicekräfte. Alle unsere Spender haben ein 360 Grad Fenster, der das Blick auf den Füllstand ermöglicht. Man muss den Spender nicht öffnen, um zu wissen, ob Papier im Spender enthalten ist. Alle Spender, wir haben in Summe mehr als 25 Spender, funktionieren mit dem gleichen Schlüssel, bieten lange Füllintervalle, sodass möglichst wenig oder selten nachgefüllt wird, weil das entspricht den Anforderungen der Facility Manager heute, möglichst wenig mit den Produkten zu tun zu haben. Möglichst wenig oder möglichst selten Papier nachfüllen zu müssen.